Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Schwanzwedeln. Heute geht es hier bei uns um das Schwanzwedeln. Nachdem ich kürzlich ein Freund gefragt hat, ob mein Podcast von der schwulen Szene Kölns handele, muss ich da wohl nochmal was klarstellen. Es geht hier um Hunde und nicht um Männer mit Frühlingsgefühlen, auch wenn ich ja zugeben muss, dass das ursprünglich der Grund für die Namensgebung dieses Podcastes war. Im März war ich auf dem Podcamp, einem Barcamp zum Erfahrungsaustausch rund ums Podcasting im Essener Unperfekthaus. Und eigentlich wollte ich endlich raus aus meiner Komfortzone und über meinen Schatten springen und loslegen mit meinen beiden Podcast-Ideen, die mir seit Monaten ja eigentlich sogar seit Jahren im Kopf rumschwirrten und für die ich schon Redaktionspläne erstellt hatte. Nur ins Machen war ich halt noch nicht gekommen. Ich erzählte einem netten Kollegen Richard Ohme vom Podcast Kack und Sachgeschichten die Pläne von meinem Hundepodcast und er fand das richtig gut. Er zwinkerte mir mit einem Auge zu und sagte, weißt du was, Birte, nenn den Podcast Schwanzwedeln. Sex sells. So war der Name dieses Podcasts geboren. Nun aber zurück zum Thema, denn hier geht es trotz allem um Hunde. Die meisten Leute denken, Schwanzwedeln bei einem Hund bedeute Freude und Freundlichkeit. Martin Rütter hat das mal ganz nett gesagt. Ein Dackel steht vor dem Mäuseloch, der Schwanz wackelt, ja, der ist wahnsinnig freundlich zur Maus. Und wenn die Maus rauskommt, dann sagt er, ach, ich wollte nur mal gucken, wie es in deiner Wohnung so aussieht. Ganz ehrlich, ich kenne genau diese Szene live von meiner Mischlingsdame Lola. Auch wenn ich ihr das leidige Mäusejagen versuche abzugewöhnen. Nicht jedes Schwanzwedeln ist gleichzusetzen mit Freude. Zunächst einmal bedeutet Schwanzwedeln Erregung. Womit wir wieder eine gewisse Nähe zum Menschen hergestellt hätten, aber Scherz beiseite. Viele Leute glauben, dass ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, nur gute Absichten hat und sind überrascht, wenn das Verhalten des Hundes dann eventuell das Gegenteil zeigt. Fangen wir doch mal bei den kleinen Hunden an. Ein Welpe wedelt nicht von Anfang an mit seinem Schwanz. In der Regel beginnt das erst, naja, so ungefähr mit dem ersten Lebensmonat. Zunächst einmal tritt das Schwanzwedeln häufig im Zusammenhang mit dem Säugen bei der Mama auf. Und jetzt könnte man sich ja denken, die Welpen sind dann glücklich und es ist vielleicht ein Ausdruck von Zufriedenheit. Aber die Wahrheit ist wohl eher, auf der einen Seite wollen die Hunde sich ausruhen und fressen, auf der anderen Seite möchten sie aber eigentlich nicht in der Nähe ihrer rivalisierenden Wurfgeschwister sein. Und das führt zum Konflikt und der wiederum zum Schwanzwedeln. Und im Erwachsenenalter wird Schwanzwedeln dann häufig als Bereitschaft zur Kontaktaufnahme zwischen zwei Hunden signalisiert. Doch auch hier liegt der Konflikt in dem emotionalen Widerstreit zwischen Freude und Spannung. Und gleiches gilt auch bei sexuellen Annäherungsversuchen. Hunde wedeln also mit dem Schwanz, um emotionale Zustände mitzuteilen. Von Freude bis Bedrohung, zur Angst, Irritation oder Unsicherheit. Dabei kann man im Allgemeinen sagen, dass ein hochgestellter Schwanz eine sehr selbstbewusste Haltung darstellt, während ein niedriger Schwanz eher auf Unsicherheit hindeutet. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist wohl auch die Geschwindigkeit der Bewegung. Eine schnellere Bewegung zeigt eine höhere Erregung. Hunde sind sehr aufgeregt, wenn sie ihren Schwanz so schnell und kurz bewegen, dass es wie eine Vibration aussieht. Gleichzeitig solltet ihr darauf achten, ob der Schwanz angespannt oder eher entspannt ist. Ein Hund, der eine breite, entspannte Schwanzbewegung macht, eventuell sogar mit dem Po wackelt oder mit dem Schwanz kreist, der zeigt eine freundliche, spielfreudige Haltung. Im Gegensatz dazu neigt ein ängstlicher oder nervöser Hund dazu, den Schwanz tief zu halten und ihn starr zu bewegen. Wenn die Bewegung angespannt und schnell und der Schwanz hochgestellt ist, dann ist das eine aggressive, drohende Haltung. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe dabei noch herausgefunden, dass es relativ neue Studien von italienischen Wissenschaftlern gibt, die angeblich einen weiteren Aspekt beim Schwanzwedeln beobachtet haben, nämlich die Richtung des Wedelns. Wir fanden heraus, dass die verschiedenen Schwenkrichtungen auch etwas über den Gemütszustand des Hundes verraten und für die Artgenossen ein Zeichen sind. Laut dieser Studie zeigt ein nach rechts gerichtetes Schwanzwedeln positive Emotionen und ein nach links gerichtetes Schwanzwedeln negative. Das hat wohl damit zu tun, dass ebenso wie bei uns Menschen die linke und die rechte Gehirnhälfte über Kreuz mit der jeweiligen Körperhälfte zusammenarbeiten. Das wird auch als Lateralisation des Gehirns bezeichnet. Die linke Gehirnhälfte ist mit der rechten Hälfte des Körpers verbunden und auf Annäherung spezialisiert. Sie tritt also in Aktion, wenn der Hund positive Gefühle empfindet. Bei der rechten Gehirnhälfte ist es genau andersrum. Sie ist eher für das ängstliche Zurückziehen und die negativen Emotionen zuständig. Doch auch eine ruhige Rute ist nicht unbedingt ein positives Signal. Auch sie bedeutet meist Anspannung oder Angst. Diese ganzen Bewegungsunterschiede, die sind für uns als Hundehalter nicht besonders leicht zu erkennen. Aber Hunde untereinander können das wohl sehr genau definieren und deswegen bei der Begegnung mit einem anderen Hund je nach Art der Bewegung unterschiedlich reagieren. Es gibt auch eine andere Studie, die hat festgestellt, dass sich Hunde einem Hund mit einem kurzen Schwanz eher unsicher nähern als einem Hund mit einem langen Schwanz, sofern der lange Schwanz in Bewegung und nicht unbeweglich und angespannt ist. Und deswegen ist auch das Kopieren eines Schwanzes ziemlich doof für den Hund, weil dadurch die Eindeutigkeit der Hundekommunikation natürlich beeinträchtigt wird und die Gefahr von Missverständnissen zwischen den Artgenossen erhöht. Für Hunde mit einem abgeschnittenen Schwanz besteht eine größere Gefahr an aggressiven Begegnungen mit einem anderen Hund beteiligt zu sein. Ursprünglich war die Funktion der Schwanzbewegung das Gleichgewicht zu halten. Im Laufe der Zeit hat sich der Hundeschwanz aber zu einer wichtigen Form der Hundekommunikation entwickelt. Außerdem hat das Schwanzwedeln wohl noch eine sehr große Bedeutung, über die ich jetzt im Internet gar nicht so viel herausfinden konnte. Hunde besitzen ja einen Eigengeruch, der von Drüsen ausströmt. Und diese Drüsen befinden sich hauptsächlich im Analbereich des Hundes. Durch das rhythmische Bewegen des Schwanzes werden diese Drüsen natürlich angeregt. Und bei stark aufgerichteten Ruten, wie sie ein sehr selbstbewusster Hund trägt, erhöht sich die Produktion des Drüsensekrets. Wir sind überhaupt nicht geruchsempfindlich genug, um diesen Geruch wahrzunehmen. Aber natürlich die Artgenossen unseres Hundes. Der Vierbeiner erhält allerlei Informationen über die Duftnote seines Gegenübers. Und das ist für ihn natürlich von großer Wichtigkeit. Um noch einmal auf Martin Rütter zurückzukommen, er hat in seiner Live-Show folgende Arten des Schwanzwedelns klassifiziert. Der Schwanz steht kerzengerade nach oben und die Schwanzspitze vibriert im Poniergehabe. Der Schwanz hängt entspannt runter, Schwanzspitze wackelt, der Hund ist entspannt. Der Schwanz klemmt unter den Bauch, Schwanzspitze vibriert, bedeutet Angst. Der Schwanz wackelt mit dem ganzen Hund hin und her, der Hund ist freundlich und freut sich. Aber wie gesagt, Schwanzwedeln kann auch Aggression ausdrücken und da müsst ihr einfach auf die komplette Körpersprache eures Hundes schauen. Er wird dann insgesamt etwas steifer, lehnt sich nach vorne, der Nasenrücken senkt sich ab, der Hund fixiert etwas, die Ohren kippen nach vorne, der Rücken ist gerade und der Schwanz schwingt als Verlängerung des Rückgrades. Schaut genau hin und beobachtet eure Fellnasen, auch die Hunde, denen ihr natürlich begegnet. Es lohnt sich, denn bei guter und genauer Beobachtung eurer Lieblinge im Alltag könnt ihr unter den verschiedensten Varianten von Ruten und wie sie jede Hundepersönlichkeit trägt und zum Wedeln einsetzt, eindeutige Rückschlüsse auf die Gefühlslage eurer Hunde ziehen. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Beobachten der Ruten und eurer Hunde insgesamt und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und Tschüss!